Das Brompton Basketbag, auch Brompton Einkaufstasche genannt, ist eine flexible und handliche Lösung für alltäglichen Gepäcktransport auf dem Brompton. Auf der Vorderseite ist ein breiter reflektierender Sicherheitsstreifen angebracht. In der Tasche warten 24 Liter Stauvolumen. Auch eine abgesetzte Innentasche mit Zipferschluss ist vorhanden. Je nach Beladung wird die Tasche mit Verzurbändern entsprechend fixiert. Eine gepolsterte Schulterauflage erleichtert das Tragen der Brompton Einkaufstasche. Auf der Rückseite gibt es zudem einen weiteren Tragegriff. Werden die Umhängebänder angezogen, schließt die Tasche automatisch. Zur Fixierung verwendet man die Verzurbänder. Das Basketbag kommt bereits mit dem Taschenrahmen und kann somit problemlos an jedem Brompton mit Trägerblock angebracht werden. Das Basketbag ist zum Listenpreis von 119 Euro im Fachhandel erhältlich. Das Basketbag istllutzgeschäft. Untertitelung des ZDF, 2020